Sie werden es uns auf keinen Fall leicht machen, also es wird für uns ein gutes erstes Match und wir warten auf jeden Fall an aggressiven Gegner und ja für Russland geht es halt bei der WM auch um viele im eigenen Land und deswegen werden sie dementsprechend vorbereitet sein und werden auch richtig Gas geben. Wir werden alles daran versuchen einfach mit Mann und Maus dagegen zu stemmen, werden weiter versuchen unser Konzept das wir in den letzten Spielen am Platz gebracht haben weiter zu führen und wenn wir das wieder so am Platz bringen, wie uns der Trainer einstellen wird, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir auch hier ein positives Ergebnis erreichen können. Ich kenne die meisten Spieler, habe auch mit den ein oder anderen zusammen gespielt, ist natürlich eine spezielle Erfahrung, auch ein schönes Wiedersehen, aber ja in erster Linie geht es um uns, wir wollen den guten Lauf, den wir bisher hatten, jetzt mit dem neuen Trainer auch im Team, müssen wir unbedingt fortsetzen und uns auf keinen Fall eine Belöse geben und auch eine gute Leistung zeigen.